Hallo all of my lovers Jakobang, liebe Freunde, hallo Leute. Heute gucke ich wieder was Tolles, ich zeig euch mal. Ich werde diesen Fisch braten, ja, ich habe schon Sal und Pfeffer drauf geschmiert, Knoblauch, Ingwer und Tomatensoße. Zuerst braten, dann mache ich daraus Tomatensoße drauf, ja, Fisch mit Tomatensoße, schmeckt sehr lecker. Dazu esse ich mit Chinako, Leute, Reis habe ich auch schon fertig gemacht, ja, der Reis sieht sehr gut aus. Also Öl habe ich mit Knoblauch rein getan, Leute, und dann Fisch rein, ja, Fisch rein, ja. So, ich fisch erstmal vollbraun und braten, ja, Leute. Ah, der Fisch sieht sehr gut aus, ja, Leute. Die Tomaten habe ich verkleinert hier, Leute. Ingwer und Tomaten habe ich schon reingefangen, ja, Leute. Das Mittel. Und nun tue ich die Tomaten, Ingwer rein, ja. Wow, sieht gut aus. Da ich Fisch koche, darf Fischsoße nicht fehlen, ja, Leute. Fischsoße. Nicht so viel, ja, sonst ist es heißig. Sieht das nicht toll aus, Leute? Lecker, 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 Leute. Voila, mein Fisch ist fertig. Muss ich nur noch China-Kohl kochen, dann sind wir fertig, ja. Das Wasser kochen, da tue ich mal China-Kohl rein. Wasser habe ich mit Salz und Pfeffer, äh, nein, nur mit Salz, das sind Salz reingefangen. Kurz aufkochen, das war's, Leute. So, Kohl ist auch bald fertig. China-Kohl, ja, Leute. Voila, Leute. Fisch mit Tomatensoße, ja. Lauch und Ingwer, dazu Reis und China-Kohl. Bon Appetit, everybody. Bon Appetit, all of my lovers. Mach mal nach, ja. Das ist easy going. Mmh, sieht lecker aus, gell, Leute. Mmh, okay. See you later, alligator. Bye-bye. Bye.